herzlich willkommen zum zweiten teil meines webinars zum thema zeitreisen und es folgt ein weiterer haufen gedanken zum thema die wieder alle als wirres gerede wahrnehmen werden die das gerade nicht interessiert deswegen wundert euch bitte nicht ja unter meinem letzten videos stand das drunter klingt nach einer ausgewachsenen psychose das stimmt sogar das klingt so aber es ist es halt eben nicht was für die meisten leute habe ich festgestellt und das war bei mir halt auch eben erstmal so der wesentliche knackpunkt ist dass wenn man sich mit zeitreisen beschäftigt verstehen sollte dass zeit nicht linear abläuft wie wir das bisher kennengelernt haben und beigebracht bekommen haben und wahrnehmen gelernt haben sondern eben relativ verläuft und auch im ganzen nicht unbedingt das ist wovon wir denken dass es das ist und deswegen sind die meisten leute die mit zeitreisen beschäftigt sind dabei sich das falsche konstrukt anzugucken sie sind beschäftigt dann mit dem versuch diesen linearen zeitstrang zu manipulieren und das ist auf diese weise nicht möglich wenn man es schafft die zeit anzuhalten in 2020 steht so ein bisschen beschrieben wie es möglich ist aber da habe ich auch festgestellt dass es bei jedem auch irgendwie so ein kleines bisschen anders aber wenn die zeit stehen bleibt still stehen bleibt alles andere bewegt sich weiter aber die zeit bleibt stehen dann findet man sich eben in einem raum wieder so und ich habe inzwischen dadurch dass ich halt auch das letzte video gemacht habe ist auch wieder schönes feedback reingekommen mit schönen neuen anregungen und da habe ich auch wieder einiges gefunden was ich hier jetzt einfach weiterverarbeiten kann es ist nämlich tatsächlich möglich etwas anderes wahrzunehmen wenn man sich mal von der idee trennt dass die zeit linear abläuft vergessen wir das also einfach mal und gucken uns an was wir stattdessen sehen können und zwar sehe ich inzwischen wie ich mich tatsächlich mit meinem bewusstsein am laufenden band meinem interesse folgend in die unterschiedlichsten realitäten begebe tagträumereien fantasien träume nachts genauso und zwar sind das explizit immer momente in denen ich tatsächlich mit meinem bewusstsein gerade nicht in diesem physischen körper stecke und auch meistens nichts um mich herum mitbekommen das ist eine runde darum warum leute mit kopfhörern eingestöpselt über die straße laufen und vom bus überfahren werden weil sie in einer völlig anderen realität gerade sich bewegen als ihr körper und sie gar nichts mitbekommen von dem umfeld und dann passieren unfälle mir ist eben ein schönes beispiel parat gekommen an dem man das veranschaulichen kann ihr kennt das in computerspielen vielleicht wenn ihr online mit anderen spielern spielt im team ein raid macht oder was weiß ich was und ähm dann stehen die auf einmal so da und bewegen sich nicht deine mitspieler was ist das jeder computer spielt jeder der das spielt weiß ah der hängt gerade in seinem menü und macht da gewisse sachen während der körper gerade kein bewusstsein zugeschossen bekommt der steht auf stand by der ist sofort wieder einsatzbereit sobald er aus dem menü raus kommt seine änderungen vorgenommen hat oder was weiß ich und dann siehst du ihn wieder bewegen und voll action das passiert nicht nur in computerspielen so ich merke das teilweise selber ähm und auch an also an mir wie an anderen menschen dass das genauso passiert da sitzen leute auf einmal apathisch und abwesend scheinend und sind mit ihrem bewusstsein augenscheinlich gerade woanders wo auch immer aber definitiv in diesem moment mit ihrem bewusstsein in einer realität und von diesen realitäten gibt es eben unzählig viele unvorstellbar viele weil in dem moment wo eine vorstellung von etwas dazu kommt erschaffe in dem moment wo ich naiv genug bin dem glauben schenken zu können dass das möglich ist erschaffe ich diese realität vor allen dingen für mich dann ist noch der große unterschied ob ich an etwas glaube oder an seine möglichkeit glaube oder ob ich weiß dass es möglich ist weil mein geist entsprechend überzeugt davon ist weil er entsprechendes gesehen hat oder was auch immer wodurch er in der lage ist zu glauben dass etwas möglich ist was er vielleicht vorher nicht glauben konnte das nennt man geistige weiterentwicklung wenn wir also in der lage sind nicht mehr auf die urte das ist das ding warum ich auch sage wenn zeit existieren würde wenn die greifbar wäre dann wären wir nicht auf uhren und kalender angewiesen de facto sind wir das nämlich auch gar nicht das sind wir nur weil wir glauben dass zeit linear abläuft und es überhaupt gar nicht kennen weil wir es nie anders irgendwie erlebt haben nur das sind dann immer zufälle wenn wir uns zufällig über den weg laufen ohne uns vorher abgesprochen zu haben und dann sehen wir nicht dass wir da genauso verabredet waren auf einem ganz anderen level auf diese level bekommt man aber zugriff und kann auf einmal aus anderen perspektiven wahrnehmen wenn man sein weltbild eintauscht und das bild von einer linear ablaufenden zeit die sich nicht manipulieren lässt und das sehr schwierig ist in einen realitätsraum mich rein zu beamen indem ich ab jetzt wahrnehme indem ich wenn ich in eine erinnerung abdrifte nicht irgendwo in einer fantasiewelt bin sondern in dem moment bin ich völlig real da und zwar in dieser realität weil in diesem raum alle parallelen alle parallel alle parallel realitäten eben nun mal parallel stattfinden und dass das so ist das ist unumstreitbar weil sonst könnten wir uns nicht streiten weil nun mal eben jeder in seiner eigenen realität lebt so und wer glaubt dass wir menschen die einzigen sind die in einer realität leben können der hat sich nochmal umso mehr geschnitten das heißt unzählig viele realitäten die sich teilweise überschneiden und dann aber anomalien passieren die das ganze nämlich jetzt halt eben wo man merkt okay es ist anders was ich gefunden habe und mit euch teilen möchte wenn ihr weiter am thema interessiert sind zwei videos die ich unten in der video beschreibung verlinken werde ähm und das eine ist ein video über so und jetzt haltet euch fest aber wenn ihr 2020 auch nur halbwegs ansatzweise für voll nehmen könnt und dass mir das dann nun mal passiert ist vergesst mal ob das was der typ da erzählt war ist oder nicht ich kann euch versichern in seiner wahrnehmung ist es wahr sonst würde der sich da nicht hinsetzen und solche Sachen von sich geben können weil die haben nämlich struktur und deswegen würde ich euch das video gerne zeigen respektive ich verlinke es unten ihr guckt es euch einfach an da ist ein zeitreisender der im jahr 8.07 noch 8.973 gewesen ist also ich wo soll ich hin zeigen wenn ich in die zukunft zeige es ist überall aber in dem moment wo mein bewusstsein sich dahin beamt bin ich da drin und kann das erleben wenn ich dann noch in der lage bin das voll bewusst für voll zu nehmen dann habe ich hinter eine 1a und lupenreine erinnerung die sogar einen chronologischen teilen wo ich sagen kann ich bin 36 stunden innerhalb dieser 20 min da und da gewesen so und genau das passiert mir nämlich halt eben immer wieder auch wenn ich da stehe und dann geht mir was durch den kopf und dann stehe ich so da dann bewegt sich mein körper gar nicht leute die mich kennen wissen dann dass ich in diesem moment gerade woanders bin und mir da was angucke und für die vergehen dann ein paar sekunden bis mein körper sich wieder bewegt ich kann danach aber nach ein paar sekunden teilweise stellenweise wirklich über über stunden erlebnisse die ich in der zeit hatte in den paar sekunden da ist mir nicht eine geschichte eingefallen ich habe diese geschichte erlebt und zwar so sehr dass ich nicht nur erinnerungen daran habe sondern die auch noch gegliedert konstruiert in ein buch verfassen konnte weil das eben real ist sei keiner mehr von denen die das übersehen das sind keine zufälle weil du trifft es nicht zufällig irgendwann du trifft es in eine andere realität ab weil dein interesse dich da gerade lang leitet ja und für alle die das aus 2020 schon kennen das interesse ist unser leitfaden unserem interesse folgen wir überall hin ins größte leid und ins größte glück deswegen macht das sehr viel sinn sein interesse mal unter die lupe zu nehmen sprich wofür interessiere ich mich eigentlich wem und was laufe ich die ganze zeit hinterher so und dann merkst du auch auf einmal dass es keine zufälle mehr weil das alles auf einmal zusammenhängt du siehst die zusammenhänge du siehst warum du auf einmal vor zehn minuten da eine kurze zeitreise in irgendwas eine zeitreise es war eine realitätsreise es war eine reise in eine andere realität die aber dadurch dass ich sie da erlebt habe ein stück zu meiner geschichte wurde und für mich definitiv zu meiner realität ab hier dazugehört weil ich habe ja die erinnerung in den kopf und wenn ich die nicht als zufälle angucke und nicht irgendwie verdränge oder vergesse oder mich frage was das soll sondern die einfach mal mein inventar meinem gedanken erinnerungs inventar einfach mal da liegen lasse dann ist es unweigerlich dass früher oder später irgendein abgleich kommt irgendwas was mich dann daran wieder erinnert und dann mache ich das auf und dann sehe ich wieder mehr zusammenhänge es ist also nicht die frage ob zeitreisen möglich sind oder nicht sondern die frage ist eher bist du in der lage dir vorzustellen dass wir permanent gar nichts anderes tun als zeitreisen zu unternehmen von einem an den anderen auch wenn sich das für uns wie ein Film gestaltet eben wie in einem Computerspiel deswegen ist die Analogie da von von modernen Computerspielen und Technologien zum Online Gaming was im Prinzip einfach ein 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 Spiegel ist ich bin immer noch fest davon überzeugt dass wir als Menschheit uns die Computer vor die Nase gesetzt haben damit wir genau das wieder erkennen können wie wir eigentlich vernetzt sind wie das gesamte Ding überhaupt funktioniert weil es genau eine Kopie davon ist nur halt eben in mechanisch aber das Prinzip dahinter das ist dasselbe wir haben als die Götter sie wir sind ein Abbild von uns geschaffen das erklärt wer wir sind und wenn man genau hinguckt dann bleiben da immer weniger Fragen offen es kommen immer mehr Ausrufezeichen und das erfordert nun mal einfach macht dass man einen Haufen wirres Gerede durchgeht weil eben genau das das nötig ist um aus der Falle der Illusion rauszukommen den wirren Scheiß der nämlich sonst halt eben auch da ist nur in dieser Realität nicht wahrgenommen werden darf deswegen als Spinnerei oder wirres Gerede abgetan wird aber das ist ja dann letztendlich mein mein eigener Horizont den ich damit beschränke was mein absolutes Recht ist ich habe jederzeit das Recht irgendwas zu sagen so Bonne das ist für mich absolute Spinnerei das kann ich immer noch sagen ohne denjenigen der der Realität der gerade in dieser Realität lebt irgendwie anzugreifen oder sonst was bleib du mal in deiner Realität das ist doch völlig okay so solange du keinem auf den Sack gehst mach und sei was du das ist es nämlich wir sind hier wie in der Oasis jeder kann sein wer er will und was er will nur weiß das keiner wir bekommen die eben weil wir das können ist es halt eben so effektiv dass wenn man uns unser ganzes Leben lang sagt dass wir nichts wert sind wir keine andere Wahl sehen und die einloggen in dem Moment wo wir aber die Möglichkeit bekommen das zu überdenken und auch wenn andere Leute uns toll finden das vielleicht auch mal für bare Münze zu nehmen und das zu sagen nee ich bin toll nicht scheiße macht das unweigerlich jeder sofort es ist halt nur nicht in Mode weil das nun mal eben nicht dienlich ist für ein hierarchisch aufgebautes System in dem dann halt auch die Menschenwerte die halt auch hierarchisch gestaffelt sind und es dann halt eben die unwichtigen Armen gibt und die wichtigen Reichen so und wer sich das Bild genauer anguckt der sieht das einfach nur die unwichtigen die unwichtigen Armen mal einfach nur einen Schritt zur Seite gehen müssen wo sie nicht mehr im 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 Kreuzfeuer stehen und die Opferrolle sind die sie dadurch völlig real erleben aber eben nicht müssen genau darum geht es und ja es ist immer nur weil die Leute keine andere Wahl haben genau deswegen sollten wir über solche Sachen weil das gibt uns die Wahl zurück das gibt uns die Möglichkeit über Optionen nachzudenken unser Leben zu verändern die man uns bisher einfach nicht vorgestellt hat das bedeutet aber nicht dass man das nicht machen kann so wir sind bei 1616 sehe ich gerade ist eine gute Zeit um diese Folge für heute zu beenden ich freue mich sehr über das Interesse auch wenn halt gar nicht so viele Klicks auf das letzte Video gekommen sind aber das Feedback was ich bekommen habe auch via via PNs wieder und über Facebook haben wir schon wieder weiter geholfen das was ich gerade eben beschrieben habe ist das was ich seitdem ich dieses Video was ich unten verlinkt habe als erstes ich werde gleich noch kurz auf das zweite zu sprechen kommen mir da raus gewonnen habe was ich in meiner Wahrnehmung gerade was ändert nämlich ganz bewusst wenn ich merke ich bin gerade in einer anderen Realität dass ich dann in einer anderen Realität bin und zwar völlig real wow und das mit einer Klarheit die ich bisher auch noch nicht hatte schaut euch das Video von dem Zeitreisen an und für die die noch nicht mitbekommen haben was das mit dem Mandela Effekt der in dem Video beschrieben ist auf sich hat habe ich dazu auch noch ein Video verlinkt das das ziemlich gut erklärt und das ist Hammer weil da müssen wir uns alle die Frage weil das sind so Sachen die irgendwie jedem passiert sind schon mal dass man sich an Sachen erinnert wo man steif und fest davon überzeugt ist dass das so war und alle die dabei waren sagen so nee das war nicht so da gibt es nur eine logische Erklärung für nämlich die die ich gerade die ganze Zeit sage wir leben in verschiedenen Realitäten und mir ist dasselbe auch schon mehrfach passiert dass ich von irgendetwas felsenfest überzeugt war irgendwann habe ich immer so hä? habe ich das jetzt real erlebt oder habe ich das nur geträumt? das Video über den Mandela Effekt gibt eine wirklich schlüssige Erklärung nein ich war einfach in einer anderen Realität wenn wir das uns bewusst machen dass sowas möglich ist dann werden wir uns einen ganzen Haufen Streit und Stress und gegeneinander sparen können weil uns das ah ok ist alles klar logisch dass du das so und so erlebt hast bei mir war das anders bis jetzt habe ich das einfach immer auf verschiedene Sichtweisen bezogen nur jetzt weiß man wo die Sichtweisen herkommen weil die Realitäten parallel abgelaufen sind und stellenweise wir uns an Stellen wieder getroffen haben mit unterschiedlicher erlebter Geschichte und das kann ganz massiv große Verwirrung hervorrufen jawohl aber wenn wir jetzt einen Schlüssel gefunden haben einen Code einen Algorithmus der uns hilft eine Suchmaske die uns hilft das Bild zu erkennen als das was es ist dann haben wir auf jeden Fall wieder einen Vorteil so und ich freue mich auf alles was dann jetzt noch kommt das zweite Video wie gesagt zum Mandela Effekt verlinke ich auch darunter wenn ihr möchtet teilt das Video die Fliegen er legt auch in seine eigene Realität wie der Kollege wenn euch das hier irgendwie weiter bringt könnt ihr mich unterstützen indem ihr meine Videos liked, teilt, kommentiert meinen YouTube Kanal abonniert oder mir in meinen Magic Head weil wie gesagt ich bin hier irgendwie Straßenkünstler andere Leute setzen sich dann hier mit der Gitarre hin und spielen und stellen sich einen Hut dahin für mich gibt es dann einfach mein PayPal Account unter egokiller2010.yahoo.de ne at yahoo.de und das verlinke ich dann auch nochmal darunter wer einen Euro oder zwei übrig hat kann den ja einfach da reinschmeißen via PayPal und dann kann ich hier auch einfach weiter mein Ding machen kann mein Internet bezahlen und so weiter und mich weiter mit solchen Dingen beschäftigen weil wenn ich jetzt halt gerade eben mich mit anderen Sachen beschäftigen muss um Geld zu bekommen dann kann ich das natürlich wieder nicht machen ganz klare Sache was für mich absolut okay ist mir ist das egal was ich mache aber wenn ihr mir helft wenn ihr mehr von dem sehen wollt dann kriegen wir es zusammen auf jeden Fall hin ich bewerbe mich quasi bei euch gerade als irgendwas ja und wenn ihr möchtet könnt ihr mich dafür bezahlen und keiner muss das ne ich werde auf jeden Fall weiter meine Videos umsonst und auch nach Möglichkeit nicht monetarisiert anbieten weil ich keinem von euch Werbung antun möchte wenn ich etwas richtig richtig beschissen finde ist es Werbung auf YouTube und absolut unnötig und sowas von bekommen wir anders hin vielen lieben Dank auch im Vorfeld schon fehlt wie das Feedback das kommt und wir sehen uns im dritten Teil es geht nicht aus ach ne da muss ich hin machen Leertasse drücken und schon bin ich wieder im hier und jetzt und dann und dann auf auf auf